Hallo liebe Schnorchelfreunde und willkommen auf mit Neugier unterwegs. Viele von euch fragen mich immer, ob ich einen guten Tipp für einen guten Schnorchel habe. Ja und ich habe natürlich nicht alle Schnorchel der Welt getestet, weiß aber natürlich so ein bisschen, wo drauf es ankommt. Und deswegen geht es heute hier rund um das Thema Schnorchel. Also viel Spaß! Es gibt einige verschiedene Arten von Schnorcheln und ich fange einfach mal mit dem einfachsten Schnorchel an. Ja, hier haben wir nämlich so einen ganz einfachen Schnorchel, den kennen viele vielleicht von früher oder wenn sie ganz gerne abtauchen. Das ist nämlich eigentlich bloß so ein ganz simples Rohr, was in den Mund kommt und natürlich die Luft von oben ansaugen kann. Der Nachteil hierbei ist, dass der natürlich voll mit Wasser laufen kann, wenn man abtaucht bzw. auch wenn eine Welle kommt. Das muss aber nicht nur ein Nachteil sein, sondern es kann auch ein Vorteil sein. Denn wenn du ganz gerne mal ein bisschen abtauchen möchtest, dann hast du natürlich bei einem Schnorchel, ja wenn der nicht so offen ist und nicht voll mit Wasser ist, wenn man abtaucht, ansonsten sehr viel Luft, die man mit nach unten nehmen muss. Das kann ein ganz schöner Widerstand sein und das macht das Abtauchen oft ein bisschen schwieriger. Deswegen ist das hier ganz praktisch. Du hast einen Schnorchel, der ist voll mit Wasser, man hört ja sowieso beim Abtauchen auf mit dem Atmen, ist ja ganz klar. Und dann hat man eben da keinen Widerstand, sondern man hat einen ganz einfachen Schnorchel, den man natürlich beim Auftauchen dann wieder ausblasen muss. Zudem sind diese Schnorchel meistens sehr günstig, da ist ja auch nicht viel dran. Aber wie gesagt, wenn man abtauchen möchte, so ein bisschen Freitauchen machen möchte, dann ist so ein einfacher Schnorchel die richtige Wahl. Demgegenüber steht so ein Schnorchel hier. Das ist nämlich ein Trockenschnorchel. Das heißt, wenn ich da abtauche, dann verschließt oben hier in so einer Kammer, ja da verschließt eine kleine Kugel das Rohr. Hier ist Luft drinne und ja, ich muss praktisch beim Auftauchen den Schnorchel nicht ausblasen. Das heißt, ich kann beim Auftauchen einfach weiteratmen. Das ist auch sehr, sehr praktisch, wenn man nicht so tief tauchen möchte, wenn man nur ein bisschen abtauchen möchte und mehr an der Wasseroberfläche ist. Wenn man also Angst hat, dass Wasser in den Mund gelangen könnte, wenn man das überhaupt nicht mag, dann ist so ein Schnorchel auf jeden Fall die richtige Wahl. Und wenn man sagt, man möchte eigentlich so eine Allzweckwaffe haben, das heißt, man möchte regelmäßig an der Oberfläche bleiben und möchte dann hier und da auch mal abtauchen, dann kann man diesen Schnorchel auch hervorragend nutzen. Denn wie man sehen kann, das ist sehr, sehr weich. Man kann also den Schnorchel einfach aus dem Mund nehmen, lässt den einfach so, wenn man abtaucht, mit Wasser volllaufen. Wenn man auftaucht, atmet man ganz normal wieder an der Wasseroberfläche ein, so wie man das ja mit diesem Schnorchel auch machen würde. Und dann kann man einfach wieder das Mundstück in den Mund nehmen und weiterschwimmen. Das geht wunderbar. Und darauf sollte man auch achten, dass das hier so schön weich ist. Ich habe mir hier noch einen anderen Schnorchel mitgebracht. Das ist praktisch genau das Gleiche. Verschließt auch oben, ist aber eher ein günstiges Modell. Funktioniert trotzdem wunderbar. Also wenn man nicht viel Geld ausgeben will, kann man das genauso gut nehmen. Aber wie man sieht, das ist hier relativ starr. Das kann dann nach einer Zeit ein bisschen unbequemer werden. Ist wie gesagt Geschmackssache. Ich merke immer, wenn ich längere Zeit im Wasser bin, dann tut mir das Gebiss so ein bisschen weh, wenn ich auf so ein hartes Silikon hier beiße. Da ist das hier doch auf jeden Fall ein bisschen weicher und ein bisschen angenehmer. Es gibt aber auch noch ein Zwischending. Und zwar gibt es noch einen Schnorchel, der ist spritzwassergeschützt. Das heißt, wenn da eine Welle kommt, kommt oben kein Wasser rein. Aber wenn man abtaucht, kommt ja trotzdem Wasser in das Rohr. Also das heißt, es ist auch ganz gut geeignet, aber für mich persönlich sehr uninteressant, weil ich doch lieber diesen Komfort haben möchte, dass da gar nichts reinkommt. Und dass ich auch selbst regulieren kann, ob ich den Schnorchel aus dem Mund nehme und somit abtauchen möchte oder ob ich den Mund behalten möchte. Das kann man dann selbst entscheiden. Am Ende sei noch gesagt, egal welchen Schnorchel man hat, man kann nicht damit atmen. Viele fragen mich nämlich tatsächlich, ob man, wenn man den Schnorchel hat, abtaucht, ob man denn noch ein, zwei Atemzüge machen kann. Das kann man nicht. Der verschließt, die Luft, die ist da drin. Ja, die kann ja nicht irgendwie zirkulieren. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen kann man sich nur auf die Luft in seiner Lunge und in seinen Bauch verlassen, nicht aber auf die Luft, die sich hier im Schnorchel befindet. So, das soll es auch schon gewesen sein. Viel zu sagen gibt es ja zu so einem Thema wie Schnorchel nicht. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene. Ich habe nicht alle getestet. Den hier kann ich sehr empfehlen. Du findest auch den Link unten in der Videobeschreibung. Aber vielleicht hast du auch einen sehr, sehr guten Schnorchel. Da kannst du ja mal in die Kommentarzeile reinschreiben, welchen du benutzt und welchen du empfehlen kannst. Weil dann können natürlich die anderen aus der Community vielleicht da auch nochmal gucken, wenn da irgendein besseres Modell zu finden ist. Und ansonsten kannst du dir hier natürlich noch ein weiteres Video anschauen. Ja, ich habe da ein paar auf dem Kanal zur Verfügung. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, geh raus, geh schnorcheln, egal mit welchen Schnorchel auch immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, mach's gut.